Gute Gute Gute, der Rockshop heißt euch wieder, kommen zu einer weiteren Ausgabe des Shopcast und heute zur zweiten Hälfte des Jahresrückblicks Album Ranking Podcast Gedönsegespanns des Jahrtausends of Doom Also Doom Eternal übrigens Also, letzte Woche haben wir ja bereits im Shopcast die Plätze 12 bis 7 von meinem Top 12 Album Ranking besprochen und ich habe euch dazu auch eine Playlist verlinkt gehabt, die ihr dieses Mal auch wieder findet beziehungsweise dieses Mal findet ihr eine andere Playlist denn letztes Mal war die Playlist ja die erste Hälfte des Rankings und die dieseswöchige Playlist umfasst die zweite Hälfte des Rankings Dieses Mal beschäftigen wir uns mit den Plätzen 6 bis 1 das heißt 6 Alben nochmal, die dieses Jahr erschienen sind und die ich eben in meiner Reihenfolge, wie ich sie eben am meisten mochte, ranken werde Dabei habe ich vor allem immer 3 Songs rausgesucht, die ich pro Album eben repräsentativ in die Playlist packe Das sind eben immer meine 3 Lieblingssongs des Albums in nicht definierter Reihenfolge beziehungsweise in Reihenfolge, wie sie auf dem Album auftreten nicht in der Reihenfolge, wie ich sie am liebsten mag So, um das schon mal klarzustellen Wir haben letztes Mal über 6 Alben gesprochen Dabei waren ja unter anderem In the Dragon von Trivium Da war Sobrock von John Mayer dabei Da war die Avatar-EP von Feeble und so weiter und so fort Und dieses Mal stürzen wir uns hinein in die, sag mal, die obere Hälfte des Rankings Also eigentlich die untere Also auf jeden Fall die noch toppigere Hälfte des Rankings Wer sich fragt, warum ausgerechnet 12 Songs und nicht 10 Der möchte doch bitte den letzten Podcast hören Cliffhanger, rückwirkend Naja, Leute, wir steigen ein Wir fangen an mit Platz 6 Dem ersten Album dieser Dieser Ab... Dieses Abteil, dieses Abschnitts des Rankings Meine Fresse, ey, ich kann nicht sprechen Dream Theater's View from the Top of the World Ich dachte tatsächlich, dass es höher ranken würde, als es rauskam Aber tatsächlich ist es nur, in Anführungszeichen, bei 6 geworden Denn da kam noch ein anderes Album zwischendurch raus Was da noch mit reingebumst hat Aber da kommen wir später dazu CD habe ich gerade nicht zur Hand Ist noch in meinem Gefährt Deswegen habe ich da jetzt stellvertretend einfach nur mal meine Hand, die ich ins Bild halte Und wir haben hier mit A View from the Top of the World von Dream Theater Ein 70 Minuten langes Album Das sieben Songs umfasst Und es ist das erste seit dem 2019 erschienenen Distance Overtime Was eins meiner Lieblings-Dream Theater-Alben ist tatsächlich Dieses Mal haben wir ein Album, das anders ist Wieder etwas Dream Theateriger als das letzte Album Was ja so ein bisschen auf etwas kürzere Songs gesetzt hat Und etwas Straight to the Point mäßiger war Dieses Mal haben wir eben ein Album, was wieder längere Songs hat Und was ein bisschen ausschweifender wird Als der Song The Alien rauskam, war ich erstmal so ein bisschen zwiegespalten Denn das war da doch schon sehr viel auf einmal, was da in dem Song kam Und tatsächlich hat er es mir auch am Anfang gar nicht mal so zugesagt Hat ein paar Durchläufe gebraucht Ging dann doch recht schnell, bis er mir gefallen hat So ein, zwei Wochen später war dann schon So war cool Aber die erste Reaction, die ich auch live gestreamt hatte Die war eher so, ja, okay, faszinierend, was ihr da alles wieder spielt Und was ihr da drauf habt Und wie schnell ihr seid und wie viel Und wie... Aber vom Song an sich Und von dem Konzept dahinter Und von dem, was mir der Song sagen wollte Ist nicht viel hängen geblieben Und das ist was, was ich eigentlich nicht mag Ich mag es zwar, wenn Songs technisch sind Und wenn Songs abgehen Aber ich mag es nicht, wenn ich einen Song höre Und das Gefühl habe, ich habe keinen Song gehört Und das war im ersten Hören von The Alien so ein bisschen der Fall Jetzt habe ich den Song natürlich mehrmals gehört Und irgendwann habe ich dann gemerkt Ah, der ist ja doch geil Und als das Album kam War ich natürlich erstmal wieder so ein bisschen Also bevor das Album kam Ich fange mal so an War ich nach meiner ersten Reaktion von The Alien War ich so ein bisschen abgeschreckt Und habe gedacht, okay, der Rest des Albums könnte genauso werden Weil von Mike Mangini kam durch Das Invisible Monster Beziehungsweise wurde gesagt Das Invisible Monster, der Song Der als zweites Single rauskam Der mir sehr gut gefallen hat Die Idee von Mike Mangini war Und die Idee dahinter quasi war Dass man einen etwas mit-tempoigeren Song hat Und einen, der nicht so abgeht Und ich dachte, okay Der Rest des Albums muss wohl abgehen Fuck Also fuck im Sinne von Wir haben 70 Minuten Spielzeit Und davon sind lediglich 6 Minuten 30 So wirklich mal ein Break In der Geschwindigkeit des Ganzen In dem Pacing des Ganzen Also die restlichen 60 Minuten Oder die restlichen 64 Minuten Sind ja eigentlich komplettes Geballer Ist eine Aussicht, die mich jetzt nicht unbedingt hypt Aber Zum Glück, möchte man in Anführungszeichen sagen Kam es dann doch nicht ganz so Denn wir haben aus dem Album Sehr, sehr viel Was mir sehr gut gefallen hat Und zwar unter anderem auch beim Song Answering the Call Bzw. auch schon bei The Alien Auch bei Invisible Monster Eigentlich bei den meisten Songs Haben wir eben vor allem wieder Viele von diesen Chuggy Powerchord Riffs Die einfach Eine gewisse geile Rhythmik haben Die eine verschobene Rhythmik haben Die auch zum Beispiel Rett vom Anfang von Von Until Angel Dem Song Dem Opening Track Vom letzten Album Quasi auch so ein bisschen vorkommen Der ersten Strophe Und das sind solche Riffs Die gefallen mir eigentlich immer sehr, sehr gut Damit bekommt man mich in den Song rein Damit catcht man mich Damit untermalt man für mich passend Eine Strophe zum Beispiel Ich weise da auch mal hin Auf die zweite Strophe Von dem Song Forsaken Von dem Album Systematic Chaos Ich werde immer Chaos in Motion sagen Aber so heißt der Song der eine Systematic Chaos So Und sowas finde ich geil Diese Abgehackten Staccato-Powerchord-Riffs Oder auch Aber jetzt diese Rhythmik dahinter Die erste Strophe von The Visual Monster Oder auch die Strophen von Answering the Call So ein bisschen Finde ich super geil Wurde sehr oft auf dem Album eingesetzt Hat mir sehr gut gefallen Weil da konnte ich mich dran langhangeln Da konnte ich mich beim ersten Hören Schon reinversetzen Da konnte ich mit Headbangen Da war ich nicht überfordert Wo ich überfordert war Die ersten zwei Minuten von The Alien Weil da ging es halt volle Kanne ins Brett Und das war halt Zum Teil ein bisschen viel Wobei da kam auch so eine Rhythmik drin vor Und so eine Art von Rhythmik Das war alles sehr, sehr fast paced Das war alles sehr, sehr intensiv Und bei anderen Songs War das ein bisschen gediegener Answering the Call Ist aber eben auch einer meiner Favorites Ich finde den Chorus sehr geil Ich finde die Strophen sehr geil Auch die Gesangsmelode Generell muss ich sagen Gefällt mir James DeBree auf dem Album sehr gut Man merkt auf jeden Fall Dass der Mann jetzt durch die Pandemie Ein bisschen Ruhe hatte Und ich meine James DeBree als Sänger Wird natürlich immer wieder Sehr ins Kreuzfeuer genommen Und wird halt hier Bezeichnet als Nicht würdig Mit dem Rest von Dream Theater Zusammen zu spielen Weil die performen so gut Und er performt halt Nichts mehr so gut wie früher Dass der Mann natürlich auch Über den Zeitraum von jetzt fast 30 Jahren In der Band dabei ist Und immer abliefert Und auf einem hohen Niveau Auch singt Auf einem Niveau was stimmlich sehr sehr Ausreizend ist Auf einem Auch eben auf einer Häufigkeit Auf einem Touring Niveau Was absolut unmenschlich ist Also sie machen ja eigentlich immer Tour Album Tour Album Tour Album Tour Album Und das seit Anfang der 90er Ist kritisch Wenn man eben teilweise auch Konzerte spielt Und Touren spielt Die aus Konzerten bestehen Die teilweise drei Stunden lang sind Und das jeden Abend Und jeden zweiten, dritten Abend Das ist halt Über einen Zeitraum von so vielen Jahren Wenn man da Mal einmal nicht mit der Routine hinherkommt Und keine gute Aber kein gutes Stimmenworkout betreibt Und keine gute körperliche Fitness Beibehalten kann Dann ist man da einfach irgendwann Ein bisschen hinten dran Das ist auch was, was normal und menschlich ist Und jemanden dafür dann fertig zu machen Ist halt unter aller Sau Man merkt aber auf jeden Fall Dass die Auszeit Dem guten Mann gut getan hat Und er hier auf dem Album sehr abliefert Oder sehr gut abliefert Auch von Live-Aufnahmen Die man jetzt aus der Zwischenzeit so gehört hat Die stattgefunden haben Also von Gigs Die stattgefunden haben Hat man gemerkt Auch von seinen Cameo-Videos Die ja auch auf YouTube So ein bisschen nicht viral gehen Aber immer so Ich sag mal Präsent sind Wenn man eben Dream Theater Fan ist Und sich damit beschäftigt Dann merkt man schon Der Mann ist auf jeden Fall Auf einem aktuell guten Stand So Punkt Langer Satz Lange Lange Monolog Gut, das ist mein Solo-Podcast Was erwartet ihr? Das ist ein einziger Monolog hier Genau Auf jeden Fall Answering the Call Sehr geiler Song Invisible Monster Auch super geiler Song Geiles Gitarren-Solo Bin ich jetzt schon länger an das zu lernen Kann es auch eigentlich schon Bis ein Part Kriege ich noch nicht so ganz getaktet Dann Sleeping Giant Ist auch ein sehr sehr cooler Song Mit sehr coolen Riffs Der Titel sagt mir nicht so ganz zu Länge von 10 Minuten Pool kritisch Aber im Endeffekt muss ich sagen Der hat einen super geilen Vibe Der hat sehr geile Riffs Ist auch wieder so ein bisschen Mehr serious Genau das Album Ist sehr serious Ist sehr Hat einen sehr ernsten Unterton Hat irgendwie sehr So eine Energie Und so eine Aggression Auch mit dabei So ein bisschen Ohne jetzt aber irgendwie Metal sein zu wollen Ich sag nur die Backing Vocals Von Mike Portnoy Auf Systematic Chaos zum Teil Ja, sowas brauchen wir nicht Dann der Song Transcending Time Ist so ein bisschen Der Rush-mäßige Song Auf dem Album Was natürlich bei Dream Theater Immer wieder vorkommt Weil ich meine Dream Theater sind Unter anderem Heavily Inspired Bei Rush Also Rush ist natürlich Eine geile Band Wegweisend auch gewesen Für dieses ganze Genre Von Progressive Metal Und Rock und so weiter Darf man natürlich Nicht unerwähnt lassen In dem Zusammenhang Und finde ich auch Eine schöne Hommage Gibt mir teilweise So ein bisschen Rap Bei Chatter Vibes Fand ich sehr sehr schön Den Song Habe ich jetzt zwar Im Kontext des Albums Eher weniger gehört Weil er mich jetzt nicht So gecatcht Und in die Fresse gepuncht hat Das war eher so Answering the Call Oder auch Sleeping Giant Oder auch der letzte Song Auf dem Album Aber Transcending Time Ist auf jeden Fall Ein wohlbekömmlicher Song Dann haben wir ein Debüt Mit Awaken the Master Der ist nämlich Der erste 8-String Song Von Dream Theater Das heißt Mit 8-Seiter Gitarre Das erste Mal Das Music Man Eine 8-String Für Ja John Petrucci Designed Und gebaut haben Also quasi Sein Majesty Modell Was es ja Als eine signische Gitarre Seit Jahren Es schon gibt Wurde eben In einer 8-String Version Ja Hergestellt Und entworfen Und der Song Hat mir von Anfang an So ein bisschen Sorgen bereitet Also bevor er rauskam Ich hab gedacht Okay 8-String Heißt für mich So dieses moderne Gentige Metal Was Auf der einen Seite Sehr overproduced ist Auf der anderen Seite Meistens im Songwriting Sehr Ich sag mal Krass sein will Aber Irgendwie doch generisch ist Und Sehr viel auf der tiefen Seite Rumpart Alle Sachen Die ich jetzt bei Dream Theater Eigentlich nicht sehe Und auch nicht Wirklich denke Dass man davor Angst haben muss Bei Dream Theater Bei einer Band Die schon so lange dabei ist Und die so versiert ist Aber ich hatte Angst gehabt Weil ich wusste nicht Was ein Petrucci Mit einer 8-String anfängt Ich muss sagen Er hat mich sehr überrascht Er hat die 8-String Sehr gut eingesetzt Ich finde Sie wurde nicht missbraucht Um einfach nur Tiefe Töne zu spielen Sondern Wirklich sein Riffing Auch auf eine Auf eine neue Tiefere Etage Zu Ja gut Herabzuführen Klingt jetzt ein bisschen Falsch im Kontext Aber Auf eine tiefere Etage Zu heben Zu erheben Anzuheben Auf eine tiefe Er macht keinen Sinn Widersprüchlich Egal Ihr wisst Was ich meine Er hat es auf jeden Fall Gewinnbringend genutzt Für den Song Es ist auch nicht Das Rad neu erfunden Weil ich finde Dass man Also in dem Sinne Dass sein Riffing Immer noch sein Riffing Geblieben ist Und damit Habe ich so ein bisschen Ein Problem Das ist so der einzige Negativpunkt Auf dem Album Ich finde Dass sein Riffing In den letzten Jahren Fand ich gerade Auf seinem Soloalbum störend Dass das einfach Irgendwie Es tut mir so schwer Ich tue mir so schwer Es tut mir irgendwie Ein bisschen weh Zu sagen festgefahren Ist aber Ich habe so das Gefühl Dass du John Petrucci Mittlerweile relativ gut Einfach auch Erkennst Und zwar nicht nur Weil er krass ist Sondern weil er eben Einen sehr sehr Signifikanten Sound hat An dem sich aber auch In der Regel Nicht viel tut Heißt nicht Dass er schlecht ist Aber manchmal Denke ich mir Wenn ich seine Riffs höre Also seine Main Riffs Irgendwie in Songs Denke ich mir so Okay Ja Okay Haben wir das nicht Vor drei Alben schon mal Klingt jetzt Irgendwie ein bisschen Überheblich Und ich will gar nicht Sagen ich kann es besser Weil kann ich Faktisch nicht Allerdings Finde ich Dass Er Vielleicht mal Einen anderen Ansatz An sein Songwriting Finden könnte Oder auch mal Andere Ideen Irgendwie Andere Inspirationen Vertragen könnte Ich weiß nicht Was seine Inspirationen sind Ich weiß nicht Wie er Songs schreibt Aber irgendwie Ist so Ist Einfach dieser Dieser Sound Von seinen Riffs Der entwickelt sich Irgendwie Nicht so krass Nach vorne Habe ich das Gefühl Und ich weiß nicht Ob es nur mir so geht Ob ich da nochmal Tiefe in die Analyse Reingehen muss Um mich vielleicht Selbst zu widerlegen Aber irgendwie Habe ich dieses Gefühl Und das stört mich So ein bisschen Auch bei dem Song Aber Ich finde ihn trotzdem geil Das heißt nicht Dass ich dieses Riffing Problemchen Nenne ich es mal Jetzt als Ausschlusskriterium Für Dream Theater Songs Nehme Und sage Ja wenn Das Riffing so ist Wie es immer ist Dann finde ich Es noch kacke Nein Die Musik ist trotzdem Immer noch auf höchstem Niveau Und super geil Aber das ist so ein Ding Das mir aufgefallen ist Dann kommen wir zum letzten Song Nämlich A View from the Top of the World Der dritte hier im Bunde Meiner Favorites Auf dem Album Zusammen eben mit Invisible Monster Answering the Call Finde ich super geil Der Song Ist mal wieder ein Epos Der erste seit dem Eigentlich seit dem Self-titled Album Seit Illumination Theory Kam davor nochmal einer Oder danach meine ich Weil ich weiß Dass auf Distance over Time Keiner war Und davor kamen The Astonishing Und da war ja auch Keiner drauf Da waren ja nur Reaktiv viele Und kürzere Songs drauf Mit Ausnahme von Ich glaube A New Beginning War es der Länger war als einziger Wo ist denn der Der war doch 7 Minuten 40 War der längste Song Ja Züch Naja auf jeden Fall Dann ist es tatsächlich Der erste Epos Von Dream Theater Seit 2013 Und Illumination Theory Der 22 Minuten 15 Lang war Der neue Song A View from the Top of the World Hat 20 Minuten 23 Sekunden Gute Länge für den Song Können wir machen Und ich finde er ist nicht langweilig Er hat sehr geile Riff Passagen Er hat diesen ultra geilen Spacigen Mittelteil Wo die Vocals sehr hallig sind Die Snare ist sehr hallig Also generell die Drums Der Sound wirkt super Also hat mir sehr viel Spaß bereitet Ab nochmal geiler Song Ich habe ihn noch nicht Explizit genug Analytisch gehört Um jetzt viel darüber sagen zu können Aber es ist eine Reise Es ist eine Reise Die es sich lohnt Zu tätigen Leute Wenn ihr Dream Theater feiert Absolutes Muss So Fast eine Viertelstunde Über ein Album gelabert Oder 10 Minuten rum Mit Intro noch Plus dazu Das ist Platz Nummer 6 Wie gesagt Nicht höher gerankt Weil ich auch einfach Unten drunter Was jetzt noch kommt Ein paar Alben hatte Die mir einfach besser reingingen Die ich mehr hören wollte Auch aktiv Die mir mehr Spaß bereitet haben Aber das Album von Dream Theater Ist auf jeden Fall sehr stabil Ich weiß noch nicht Ob es Distance Over Time Für mich überholt Ich mache mir da auch Gar kein großes Ding draus Für mich ist ein Album ein Album Und ein Album davor Ist ein Album davor Und wenn beide geil sind Da habe ich Spaß dran Ich muss da nicht mehr vergleichen Aber So ein bisschen macht man es ja noch immer Also falls es euch interessieren sollte Kann ich mir Gedanken drüber machen Falls nicht Belasse ich es dabei Dass beide Alben gut sind So Als nächstes kommt Platz 5 Das ist das neue Album Von dem die Ärzte Nämlich Dunkel Erschienen Kurz vor den Wahlen Dieses Jahr Und diesbezüglich Auch so ein bisschen kritisiert Seitens Rott González Und Ich muss sagen Das Album ist Sehr sehr umfangreich Ich habe es ja auch In meiner Review schon gesagt Es passiert einfach Aufgrund der Masse an Songs Der 19 Songs Dieses Album hat Dass der eine oder andere Mal Auf der Strecke bleibt Und deswegen Ich habe mir jetzt mal drei Favorites rausgesucht Das ist einmal der Song Dunkel selber Dann Schrei Vielleicht ein nicht unbedingt So hochfrequentierter Favorite Unter den anderen Hörern Aber ich finde ihn geil Und Our Bass Player hates Das Song Der einfach Einfach geil ist Ich weiß Er ist in der Hinsicht Belehrend Und plakativ Was eben Diese Politische Thematik angeht Was es für die Ärzte Normalerweise nicht typisch ist Ist es mal ausnahmsweise Nicht in Metaphern verpackt Und nicht ausgeschmückt Aber ich finde gerade Diese Direktheit Und Diese Dieser Biss dahinter Ist eben einfach was Was die Musikszene aktuell So ein bisschen braucht Beziehungsweise was einfach Die Öffentlichkeit braucht Weil noch einiges Sehr festgefahren ist Die Pandemiesituation Zeigt das wahre Gesicht Von vielen, vielen Leuten Und Da kann man ruhig schon mal Ja Ich sag mal Den Lörris auf den Tisch hauen Und sagen was Sache ist Auch als einfachen Urlaub zum Beispiel Oder gerade als jemand wie er Finde ich das Absolut Gerechtfertigt Dass man diesen Song Released Und ich finde Der hat einfach Einen Vibe Der wirklich Auch Dieses Gänsehaut Viele mit sich bringt Und das Album an sich Wie gesagt Macht mir sehr viel Spaß Es sind sehr viele coole Songs drauf Es sind sehr viele Songs drauf Die ich außerhalb des Gesamten Albumkontext Nicht höre Aber ich hab mir auch schwer getan Meine Favorites zu picken Also ich war echt nicht sicher Ob ich den Song Schrei reinnehme Oder ob ich doof reinnehme Oder ob ich Kraft reinnehme Oder ob ich Schweigen reinnehme Oder ob ich Tristesse reinnehme Ob ich Zum Beispiel aber auch Hier den Was war es noch Was ich überlegt hatte Hier Anti auch zum Beispiel reinnehme Ich hab mir sehr schwer getan Mit der Wahl Oder auch Neues zum Beispiel Und das zeigt ja eigentlich Dass das Album Im Großen und Ganzen Wenn man es auf eine normale Albenlänge runterbricht Von Songs Die man so In seiner Hörgewohnheit In seiner Hörgewohnheit Als eine geile Atmosphäre Als hell Einfach dieses Ernstere Was dem Ganzen zugrunde liegt Finde ich einfach geil Ich fand hell Sehr viel Spaß Gemacht Auch eine sehr schöne Atmosphäre Eine sehr offene Atmosphäre Das Album ist eben das Gegenteil davon Und das finde ich Funktioniert super Und deswegen Macht es mir auch sehr viel Spaß Ich hab es gerade Im Regal Liegen gelassen Dummerweise Deswegen kann ich es euch nicht In die Kamera halten Aber ihr habt es ja in der Review Schon gesehen Dass ich es besitze Von daher Alles gut So Dunkel Geiles Album Platz Nummer 5 Platz Nummer 4 Hat sich noch kurz vor knapp Eingeschlichen Naja nicht so kurz vor knapp Wie Trivia Im letzten Podcast Aber Es ist Servant of the Mind Von Wallbeat Tatsächlich war ich mir Bei den ersten Malen Des Hörens Gar nicht sicher Wie ich das ranken soll Und wie sehr es mir eigentlich Im Kontext der Diskografie Von Wallbeat gefällt Mittlerweile Wo ich es ein paar Mal gehört habe Wirklich ein paar Mal Heißt wirklich ein paar Mal Muss ich sagen Dass mir immer mehr Songs Immer mehr ans Herz wachsen Und eigentlich Jeder Song geil ist Es ist immer noch ein bisschen Ich bin immer noch in dem Prozess Wo ich einordne Was das Album jetzt eigentlich Für Wallbeat bedeutet Und was das Album Für den Style von Wallbeat So bedeutend aussagt Und wie es sich In den Style einfügt Und was es für eine Weiterentwicklung darstellt In welchen Punkten Und es ist einfach wirklich Es ist nicht das alte Wallbeat Es ist aber auch nicht das Neue Scheiß Wallbeat Es ist halt das Ja Das Ich will nicht sagen Das endgültige Wallbeat Weil man weiß ja nie Wo es hingeht Aber es ist eben Dieses Das Aktuelle Es ist einfach Das Aktuelle Es gibt kein alt Es gibt kein neu Es gibt das Aktuelle Und es gibt Halt das Das Anfangs Wallbeat So ne Also Man macht ja immer Eine Entwicklung durch Als Band Und wie Ja Jim Root schon sagte Alben sind im Prinzip Immer nur so Momentaufnahmen Von dem Wo man als Musiker Gerade steht Was man gerade Durchmacht Was man eben erlebt hat Was man eben Für Inspirationen hat Und man merkt Aber wirklich Dass Wallbeat Jetzt an einem Punkt sind Wo sie Auch mal Ein bisschen weiter Ausholen Und da meine ich Nicht nur in die Richtung Soft und Radiotauglich Im Sinne des letzten Albums Sondern dass sie Wirklich auch Ihre Elemente Die sie bereits hatten Und ihre Inspirationen Super kombinieren können Ich habe jetzt hier mal In meiner Topliste Aufgeführt Temple of EQ Finde ich super geil Einer meiner Lieblingssongs Jetzt am Anfang Fand ich ihn ja In der Reaction Die wir gemacht haben Auf das Album Was die ja mittlerweile Leider nur noch als Ja beschnittene Version Auf YouTube herumgeistert In der Originalversion Auf Patreon Also falls ihr Bock habt Zu supporten Für 3 Euro im Monat Bekommt ihr da Auf Patreon Zugang zu Allen Reactions Ancut Die YouTube quasi Sperrt zum Download Und könnt euch dann Nochmal das Ganze Angucken mit Musik So Temple of EQ Finde ich sehr geil Finde ich einen super Vibe Ich finde diese orientalische Dieses Storytelling Dahinter Finde ich wieder super Die Riffs sind geil Es ist nicht zu überladen Und der Song hat für mich Einen super geilen Klassischen Volbeat Vibe Also ist das klassisch So ein bisschen Dieses Outlaw Gentleman Feeling Dieses Healadeal Feeling Also klassisch Ein bisschen von der Zeit Wo ich angefangen Volbeat zu hören Aber Natürlich nicht klassisch In Bezug auf Philosophie Schleppende Part Ob es dann der Chorus ist Oder ob diese Strophen sind Die so eine geile Melodik Haben so einen geilen Groove Ob es dieser Master in the Valley Part ist Am Ende Der Song hat es einfach alles Es macht so viel Spaß Es ist so geil Da habe ich noch Heaven's Descent Aufgelistet Ein Song der am Anfang So ein bisschen Your war Mittlerweile finde ich ihn super geil Die Gesangsmelode Catch mich total Ich finde der Song Einer dieser Songs Einer dieser Songs eben Der so mit den klassischsten Volbeat Vibe hat Zusammen mit The Passenger Gefällt mir sehr sehr gut Und macht mir sehr viel Spaß Ich weiß nicht Ob er jetzt als Favorite Wirklich so repräsentativ ist Aber ich habe aktuell Sehr in meiner Heavy Rotation drin Deswegen dachte ich mir Ich fühle immer mit auf Einfach nur um zu sagen Ey Das finde ich cool Hätte auch genauso gut The Passenger sein können Den ich hier noch mit aufbringe Aber Ich dachte mir Ich bin mit Heaven's Descent Ganz gut bedient Da kann man nochmal Ein Auge zudrücken Genau Auf jeden Fall Volbeat's Servant of the Mind Bereitet mir sehr viel Freude Und Ja Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen Platz Nummer 4 Platz Nummer 3 Auf meiner Liste Ist hingegen ein Album Was stilistisch so ein bisschen rausbricht Denn da haben wir Scaled and Icy Von Twin One Pilots Da gab es ja letztens auch Einen Podcast Rüber mit der guten Alina Wo ich das Album Oder wo wir das Album Mal durch den Fleischwolf Und durch die Mangel Gejagt genommen haben Und Mal geguckt haben Was da so drin steckt Was wir da so rausziehen Was unserem Besten gefällt Und da habe ich jetzt mal Drei Songs auch hier vermerkt Wo ich mir actually schwer getan habe Zu wählen Welche das sind Beim ersten Song Nämlich Saturday War es mir klar Dass ich der mit rein musste Einer meiner Top Songs Dieses Jahres Was das Feeling angeht Und was den Spaßfaktor angeht Dann Beim Song Formidable Habe ich mir sehr schwer getan Denn Ich wollte eigentlich Bounce Man reinbringen Ich wollte aber auch eigentlich No Chances reinbringen Oder auch The Outside Oder auch Shy Away Aber Ich habe mich für Formidable entschieden Weil ich diesen Song Dieses Jahr Im Rahmen Meines Studiums Gekovert habe Nämlich im Beatles Style Ich habe den Song Sehr intensiv Durchgearbeitet Und habe sehr viel Zeit Damit verbracht Den Song zu hören Zu spielen Zu lernen Zu arrangieren Zu mixen Und generell alles damit zu machen Was irgendwie geht War eine super coole Experience Und deswegen wollte ich den Song Ja noch mit verewigen Einfach weil der einen Großen Einfluss Auf mein Jahr 2021 hatte Tatsächlich Krasse Sache Hätte ich gar nicht gedacht Eigentlich Also im Voraus Dann den Song Redecorate Weil er einfach auch Ein sehr deepes Meaning hat Und einen sehr sehr Deepen Vibe Was ich immer bei Trenum & Pilots Sehr gerne mag Er hat Einfach diese Bedeutungsschwere Mit dabei Aber wenn ihr wissen wollt Was es da genau Auf sich hat Und was Mich da so berührt Guckt euch da mal Den Podcast an Wo wir über das Album sprechen Genau Das Album an sich War diesen Sommer Sehr präsent Weil ich gerade mit Der guten Alina Die meine beste Freundin ist Sehr viel draußen war Und viel Skaten war Viel im Skatepark war Abgehangen habe Und eben dann auch Viel Musik gehört habe Und sie ist eben auch Sehr großer Film & Pilots Fan Ihr verdanke ich es auch So ein bisschen Dass ich die Bände Überhaupt für mich entdeckt habe Und wir haben das eben Sehr viel zusammen gehört Haben da sehr viel drüber gequatscht Haben es sehr enjoyed Und deswegen Habe ich da eben auch Zum Album Einen persönlichen Bezug Weil ich dieses Jahr Sehr viel Zeit Damit verbracht habe Und sehr viel Zeit Vor allem draußen In der freien In der Natur jetzt Aber zumindest mal draußen Außerhalb meines Hauses Und nochmal ein bisschen In die Luft gekommen bin Mal ein bisschen Aus meinem Stress Raus gekommen bin Und da hat das Album Einen großen Teil So beigetragen Deswegen entsprechend auch Hoch platziert Und deswegen sind Die Songs eben auch Entsprechend Ja Bei mir auch An einem hohen Stellenwert Ne So angekommen Genau Sehr gutes Album Hat mir eben Sehr viel Freude gemacht Dann kommen wir Zu Platz 2 Ein Album Was ich auch schon Im Podcast Reviewed habe Nämlich You're Welcome Von A Day To Remember Hätte ich nie mitgerechnet Das ist A Day To Remember Auf meinen zweiten Platz Das Jahresranking schaffen Aber Dann haben sie Dieses Album gedroppt Ein Album Mit dem Das ich Zu dem Zeitpunkt Als es rauskam Nicht mehr auf dem Schirm hatte Weil es so oft Verschoben wurde Und vor allem So lange verschoben wurde Was ich Also eine Band Die ich eigentlich Zu dem Zeitpunkt Gar nicht gehört habe Ein Album Was ich mir eigentlich Nur gekauft habe Damit ich es nicht verpasse Und ein Album Was im Endeffekt Den Großteil meines Sommers Ähnlich wie das 21 Pilots Album So präsent war Wie kaum Eine andere Band Oder ein anderes Album Witzigerweise In meiner Spotify Statistik Gar nicht vertreten Weder die Band Noch das Album Und noch Songs davon Aber In meinem CD Player Lief es rauf und runter Also im Auto vor allem Im Gym lief es auch sehr viel Beim Skaten lief es auch sehr viel Und hier daheim Lief es eigentlich auch sehr viel Deswegen Eigentlich ist es ein Wunder Dass es gar nicht In meinem Rewind Oder in meinem Rap Aufgetaucht ist Aber glaubt mir Wenn ich es euch sage Ich habe dieses Album Wirklich Wirklich Viel konsumiert Ist auch in vielen Playlists Von mir drin Oder beziehungsweise In den Playlists Die ich dieser gemacht habe Ist eigentlich überall Was von dem Album drin Meistens sind es auch Sehr viele Songs Und ich habe jetzt hier mal Die Songs Bloodsucker Last Chance to Dance Und Permanent In der Playlist drin Denn Bloodsucker ist für mich Diese perfekte Kombination Aus zeitgemäßem Pop Sound Und so ein bisschen Hip-Hop Sound Aber eher Pop Sound Und eben dem Metal Sound Und dem Rock Sound Den die Band hat Ist ein super Genre Blending Was hier betrieben wird Macht sehr viel Spaß Ich kann den Song Eigentlich nicht Nicht mit singen Und nicht mit groven Wenn er läuft Also so eine geile Nummer Macht mir so viel Freude Habe ich dieses Jahr So viel gehört Vergleichsweise auch Also immer wenn das Album kam Habe ich den Song Mindestens zweimal gehört Und habe ihn einfach Des Todes abgefeiert Dann Last Chance to Dance Der heavieste Song Auf dem Album Arguably Ist von den Strophen her Jetzt gar nicht mal So mein Fall Aber ich finde Im Prechorus Diese Dynamik Wie das einfach Aus diesem Screaming Part In dem heftigen Part In diesen leisen Nein, es ist leise Aber wie in diesen Gediegenen Part geht Finde ich so ein geiler Break Und macht so viel her Wenn der Chorus Auch super zum Mitsingen geeignet Und einfach Dieser End Breakdown Mit diesem Is gonna carry your casket Das ist einfach so Derbe geil Der Song ist vom Start To finish Einfach so Ah Einfach fett Ich liebe ihn Und ich kann es auch Komm erwarten Die Band mit der Live Zu sehen Mein Ich sag mal Debüt Mit A Day I Remember Mein Rendezvous quasi War ja Das Southside Festival 2017 Und da haben sie ja gespielt Da habe ich sie ja entdeckt Quasi für mich Habe mir dann das Album Bad Vibrations gekauft Habe es auch sehr gefeiert Und nächstes Jahr Da kommen sie ja zurück im Ring Das heißt Ich bin ready Hoffentlich ist es das Festival auch Und hoffentlich ist es Die Allgemeine Situation Die das eben dann möglich macht Oder auch nicht Ja Dann der Song Permanent Eigentlich eher so Nischen Track Habe ich das Gefühl Aber der Chorus Ist so geil Ich wollte auch erst Eigentlich Viva la Mexico drauf machen Wegen dem Chorus Also in die Playlist reinmachen Oder auch Na wie heißt Resentment Aber Um noch ein wenig So ein Single dabei zu haben Bei Last Chance Dance Ist auch ein Single gewesen Im Endeffekt Da habe ich aber Nicht so wirklich Den Durchblick Weil ich das Album Jetzt nicht so Auf Social Media verfolgt habe Sondern meistens nur gehört habe Aber der Song Auch so geil So einen geilen Vibe Macht einfach Bock Generell aber Alle Songs Also generell Dieser Sound Der so variiert Von diesen Rockigeren Popigeren Also diesen Pop-Rock-Misch-Songs Diesen Pop-Metal-Misch-Dingern Und einfach diesen Ganz ruhigen Songs Also Songs wie High Dive In Oder Fuck You Money Oder auch Only Money So viel Money Auf dem Album Oder auch Everything We Need Das sind auch Supergeile Tracks Also Mein Mindreader Kennen wir ja schon länger Den habe ich damals Auch schon gefallen Als er rauskam Weil ich ja auch reaktet drauf Ist er sicher noch Auf dem Kanal zu finden Ich hoffe nicht Nie gesperrt Die Generate Sogar damals schon 2019 rausgekommen Alles geile Sachen Oder auch Looks Like Hell Was ja auch noch So ein Favorit von mir ist Das hat mir auch schwer getan Als ich den Den dritten Song Für die Playlist Quasi evaluiert habe Aber so ein geiles Album Macht so viel Spaß Da steckt so viel Einfach auch Musikalisch drin Was interessant und geil ist Man könnte sagen Ja es ist ein Soft geworden Es ist nicht mehr Die Metal-Core-Band Von früher Aber ganz ehrlich Ich finde das viel geiler Also wenn ich entscheiden muss Zwischen den alten Songs Die ich kenne Und diesem Album Dieses Album All the way Ich finde dieser Style Dieser Misch-Style Steht denen so gut Steht Jeremy Spencer Als Sänger so gut Steht dem allgemeinen Sound Der Band so gut Dem Image der Band auch Ich weiß nicht Also ich bin Ein riesen Fan Von diesem Album Und kann kaum erwarten Was als nächstes kommt Sehr sehr geile Debate Bei mir nochmal Deutlich geboostet Was das angeht Genau Dann kommen wir auch schon Zu Platz 1 Und ich glaube Ihr habt es euch schon Denken können Was mein Top Album Des Jahres ist Es ist Das Album Marching in Time Von Tremonti Ja mit Platz Zwölf In Form von Miles Kennedy's Eyes of March Schließen Und Also beginnen Und schließen Quasi Alter Bridge Mitglieder Diese Liste Was jetzt gar nicht Irgendwie gegen Miles Kennedy gerichtet Sein soll Das hier auf dem Letzten Platz ist Aber Es ist einfach Das Album gewesen Dieses Jahr Es war der Sound Den ich irgendwie Gebraucht habe Im Sinne von Es war genau passend Es waren die Choruses Die ich gebraucht habe Es war die Melodie Die ich gebraucht habe Es waren auch die Lyrics Teilweise die ich gebraucht habe Es war einfach auch Dieses harte Improvement Von Mark Tremonti Auch an den Vocals Vor allem Es ist einfach Ein Fest Wie der Held der Steine Sagen würde Es ist Dermaßen geil Songs wie A World Away Zum Beispiel Mit diesem tiefen Tuning Diesen tiefen Gitarren Und diesem abnormal geilen Chorus Der einfach In die Unendlichkeit Feuert Ist so gut If Not For You Die erste Single Mit den Synthesizer Und diesem etwas Gediegeneren Vibe Auch Generell Auch wenn der Song Ein bisschen simpler war Ein bisschen zurückgenommener Gerade deswegen Absoluter Favorite Und Not Afraid To Lose Die Ja Quasi die Ballade Des Albums Und auch die Ballade Von Chironty Wie ich sagen würde Lyrics On Point Instrumental On Point Sound On Point Stimme Gesangsperformance On Point My favorite songs Let That Be Us Hat eigentlich auch noch Mit reingehört Last One Of Us Hat auch mit reingehört Under The Sun Hat auch mit reingehört Marching In Time Eigentlich auch Also der Titeltrack So geile Sachen So geile Refrain So geile Melodiken Und auch Riffs Das Ausgewogenste Und auch irgendwie Ich habe nur teilweise Mehr Bock Auf andere Sachen gehabt Und habe es deswegen mal Aus dem CD-Player Herausgenommen Aber es kam bisher Nicht der Punkt Wo ich gesagt habe Ich habe jetzt Keinen Bock auf dieses Album Ich könnte es mir jetzt anhören Obwohl ich heute eigentlich Eher in einem ganz anderen Vibe bin Aber es würde funktionieren Es wäre einfach Passend Egal wann ich es höre Und das hat für mich Den Punkt ausgemacht Wo ich gesagt Okay das ist mein Platz 1 dieses Jahr Weil es einfach Alles vereint Was mir irgendwie Dieses Jahr so ein bisschen Wichtig war Musik Was mich auch wieder motiviert hat Wieder mehr Musik Selbst zu machen Und Das Album hat es einfach Und ich kann mich Nicht genug freuen Darüber Dass Tremonti Jetzt auch Angekündigt wurde Und dann nächstes Jahr Dann auch spielen wird Und ich habe so Bock drauf Ich habe Tremonti Als Solo-Band Bisher noch nicht live gesehen Nur Otterbridge Nur Was auch super geil war Aber ich habe so Bock drauf Marc Tremonti Mit seiner Solo-Band zu sehen Und die Songs zu hören Ich kann es echt nicht erwarten Ist ja viel zu geil Naja Das ist meine Top 12 Liste gewesen Platz 6 bis 1 Jetzt lasst mich gerne wissen Was eure Alben sind Des Jahres Eure Top 5 10 Also 5 Komma 10 Komma 12 Komma 15 Whatever Listet mir in den Kommentaren Gerne auf Schreibt auch gerne Was eure Meinung zu den Alben ist Die ich jetzt hier präsentiert habe Wie ihr die ranken würdet Wie ihr generell Vielleicht auch zu den Alben steht Wenn ihr auch die Alben Die ich jetzt hier genannt habe Zu euren Favorites zählt Lasst mich gerne wissen Lasst uns drüber diskutieren Lasst uns Spaß dabei haben Und ja Hoffen wir doch auf ein Sehr Musikreiches Jahr 2022 Und vor allem eins Vor der Live Musik Und ja Hoffentlich mal wieder ein bisschen Stage Time für mich Heißt es ja auch ein bisschen Aber wirklich nur so Nur so Vergleichsweise Naja Leute Ich verabschiede mich Mein Mund ist fusselig Mittlerweile Ich Bin jetzt mal raus Metal off Macht's gut Ciao Musik 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 Musik